Ja, und von Bonn direkt wieder nach Berlin, dort begrüße ich sehr herzlich Dietmar Bartsch, den Fraktionsvorsitzenden der Partei Die Linke. Guten Tag, Herr Bartsch. Guten Tag. Herr Bartsch, wie zufrieden sind Sie denn mit diesem Ergebnis, das wir seit gestern Abend haben? Na, als Oppositionspolitiker kann man da überhaupt nicht zufrieden sein. Nein, so ein unwürdigeres Geschacher, so ein Kasperletheater, das schadet der Demokratie, das versteht kein Mensch im Lande. Wenn ein Beamter, einer der höchsten Beamter, Verfehlungen begeht, dann wird er erst hochbefördert, dann wird er befördert auf einen neuen Posten, der eigens geschaffen wird. Diesen gab es vorher nicht. Und was völlig kurios ist, jemand, der für den Inlandsgeheimdienst zuständig war, diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen darf, wegen Verfehlungen, der koordiniert jetzt die Beziehung zu ausländischen Diensten. Das ist einigermaßen absurd. Das versteht kein Mensch im Lande. Diese Koalition ist nicht handlungsfähig. Was hätten Sie sich denn stattdessen gewünscht? Das ist doch ganz klar. Frau Merkel darf sich so etwas nicht bieten lassen. Sie hätte Herrn Seehofer sagen müssen, du entlässt den Maßen oder ich entlasse dich. Das wäre Führungsstärke. Das wäre Anwendung der Richtlinienkompetenz. Aber genau dazu ist Frau Merkel nicht mehr in der Lage. In ihrer vierten Amtszeit ist sie handlungsunfähig. Es ist eine Notregierung der Wahlverlierer. Das darf man nicht vergessen. Die haben bei der letzten Wahl, heute ist es ein Jahr her, zusammen 15 Prozent verloren. Die Angst in den Fraktionen ist groß. Sie erzählen jeden Tag neu zur Sacharbeit, zur Sacharbeit. Aber sie kriegen es nicht hin. Sie schaden der Demokratie in unserem Lande. Sie schaden Europa. Herr Bartsch, wenn man keinen Kompromiss gefunden hätte, wenn die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin angewandt worden wäre, dann hätte das womöglich den Bruch der Koalition gebedeutet. Wäre das wirklich eine Alternative Neuwahlen? Na gut, das kann man ja jeden Tag erzählen. Wenn irgendetwas nicht funktioniert, sagt man, es ist das Ende der Koalition. Ich glaube im Übrigen, dass es schlimmere Sachen gibt als das Ende der Koalition. Denn eins sage ich Ihnen voraus. Wir werden die Bayernwahl haben. Dort wird die CSU saftig verlieren. Da wird die SPD saftig verlieren. Es wird die nächste Krise geben. Dann gibt es Hessen. Da wird die CDU verlieren, die SPD verlieren. Und es wird in diesem Modus weitergehen. Diese Koalition hat nach dem ersten Jahr, wo sie versagt hat, keine Chance mehr. Und deswegen ganz klar, Herr Seehofer ist als Innenminister überfordert. Er wird nach der bayerischen Landtagswahl nach meiner Prognose nicht mehr im Amt sein. Sollte er im Amt bleiben, wird diese Koalition so lange streiten, bis irgendwann der Krug zerbricht, weil er so oft zum Wasser gegangen ist. Herr Bartsch, die Grünen und die AfD, das sind die großen Profiteure der Krisen, muss man sagen, der großen Koalition, die Linke nicht. Woran liegt das? Na ja, erstens geht es nicht darum, wer Profiteur ist. Und das würde ich dann gerne bei Wahlen noch überprüfen lassen. Wir werden das sehen in Hessen, wer dort profitiert, wer dort zulegt. Wir werden das sehen in Bayern, wer dort zulegt und wer nicht zulegt. Das, finde ich, ist im Moment Kaffeesatzleserei. Ich kann Ihnen nur eines sagen. Die Grünen waren zwischen Wahlen immer vor uns. Aber es gab schon Jahrhunderte keine Wahl. Weder 2017, noch 2013, noch 2009, noch 2005, wo etwa die Grünen, wenn abgerechnet worden ist, bei Bundeswahlen vor uns waren. Das wird auch beim nächsten Mal nicht sein. Aber wissen Sie, diese Frage ist eine so nachgeordnete. Die zentrale Frage ist, dass wir in Deutschland wieder fähig sind, demokratische Auseinandersetzungen in der Sache zu führen, zu streiten um den besten Weg. Das ist derzeit angesichts der desolaten Situation dieser Koalition nicht möglich. Sie kritisieren die desolate Situation der Großen Koalition, aber auch in Ihrer Partei, der Linken, da geht es ja alles andere als harmonisch zu. Also da gibt es den Dauermachtkampf zwischen Fraktion und Parteivorstand, Irritationen rund um Sarah Wagenknechts Sammlungsbewegung aufstehen. Haben Sie denn eigentlich in Ihrer Partei mittlerweile ein Rezept gefunden, wie Sie mit Sarah Wagenknechts Initiative umgehen wollen? Also das ist eine Mär, die immer wieder gern erzählt wird. Ich habe zu den Parteivorsitzenden ein Arbeitsverhältnis genauso, wie ich mit Sarah Wagenknecht die Fraktion führe. Die Wiederholung der Tatsache, dass es dort Streit gab, das ist unbestritten. Den haben wir in besonderer Weise nach den Bundestagswahlen gehabt. Da ging es natürlich auch um Machtfragen. Das ist erledigt. Wir haben jetzt eine klare Aufgabe und wir sind gemeinsam engagiert in Bayern, um dort vielleicht die Sensation zu schaffen. Und wir sind gemeinsam engagiert in Hessen, um dort deutlich zuzulegen. Was das Thema Aufstehen betrifft, habe ich mich da umfanglich zu geäußert. Ich sehe mit Interesse, was sich dort entwickelt. Aber meine Aufgabe ist, gemeinsam mit Sarah Wagenknecht die Fraktion Die Linke zu führen, erfolgreich zu führen. Und wenn ich das richtig sehe, sind wir gerade auch bei den Umfragen im Steigen. Und Sie haben keine Bedenken, dass Sarah Wagenknecht mit ihrer Sammlungsbewegung oder ihre Sammlungsbewegung dazu nutzen könnte, den Kurs der Linken nach ihren Vorstellungen zu korrigieren? Den Kurs der Linken, die bestimmen Parteitage und niemand anderes. Das wird auch zukünftig so sein. Da bin ich ganz ruhig. Ich finde, diese Nebendiskussionen müssen wir nicht führen. Ich finde, diejenigen, die sich dort engagieren, sollen das gern tun. Es ist insbesondere eine Einladung an die Millionen Sozialdemokraten, die die SPD in den letzten Jahren verloren hat. Es ist eine Einladung an die vielen Menschen, die sich von der Politik abgewandt haben. Das sehe ich mit Interesse. Aber ich sage noch mal, meine Aufgabe ist und bleibt die Stärkung der Linken. Und diese Aufgabe, denke ich, wahrzunehmen. Sagt Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende der Partei der Linken. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bartsch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.